Hallöchen! Schön, dass ihr da seid, Leute. Erstmal herzlich willkommen. So, hier bin ich gespannt. Also die Vermutungen waren ja, dass Fape das macht. Wenn ihr keinen Gegner findet, nehmt das Team Unit sonst. Hier geht die erste Runde zu Ende. Leute, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Beides kostenfrei, ihr kennt den Hasen. Team Zeus hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Leute, seit heute, kleine Eigenwerbung, gehen auch Spenden über PaySafeCard, weil ein paar Leute danach gefragt haben. Ich wusste, wow, der war nice. Der war richtig nice. Achso, hier bei 5 ist übrigens vorbei, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Bonty, seid ihr vollzählig? Wenn ihr vollzählig seid, bitte gegen das Team Konrad Vollbrecht spielen. Bitte adden Konrad Vollbrecht. Hier im Stream über dir. Ja, Virtuellt, ihr müsst kurz warten. Ja, COD Gamers ist halt so. Ja, Binde brauchst du auch nicht mehr abmelden. Ja, nur haltet durch. Ich bin auf 6. Oh, hinter ihm. Er hat ihn nicht gesehen. Ja. Oh. 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 Oh Und ein Kill und ein Assist. Nice. Social geht hier richtig ab gerade. Cerberus ist dabei. Sechster Streak. Ohne Witz, paar Döner. Ich gönne mir heute einen. Kann ich jetzt hier nochmal raus? Oder was passiert hier jetzt? Na ja, normalerweise bin ich der Horst. Soll ich nochmal neu starten? Ja, machen wir schnell einen Neustart hier. Request wird gewinnen, ich bin gespannt. Leute, lasst gerne noch ein Like auf dem Stream, falls ihr... Oh, das rechts von ihm. Es ist so fies, wenn man einen Dauer-Orbi hat. Ja, jetzt ist er tot. Ja, war absolut abzusehen. Dann ist das 3-0 da. Das ist 3-0, Jungs. Das ist Wars-Clan gegen Request. Wird es das Halbfinale sein? Wars-Clan ist voll dabei. Sehr cool. Ich würde... Ich freue mich auch drauf, euch zu sehen. Ich habe euch live noch nicht gesehen heute. Z-A-M. Noch... Jetzt noch nicht. Ich mache fürs nächste Turnier separat ein Video. Mit einem Formular, wo ihr euch ordentlich anmelden könnt. Und jedes Team wird von mir dann die Möglichkeit für einen Ersatz-Roster-Spot bekommen. Das heißt, ein Ersatz-Spieler. Ist das der Bruder vom GT-R? Oh. 2-5, Jungs. Die holen das. Die drehen das. Request wird nervös. Rumix, das ist das letzte Viertelfinale. Wer schickt mir eine Nachricht? Tor Reus, Jungs. 1-0 für Dortmund. 1-0 für Dortmund. Hashtag Dortmund ist der geilste Verein der Welt. Hashtag Chappie liebt sie. Ich zeige noch nie. Äh, also Teletubbies, ihr habt freie Auswahl. Ihr dürft nur nicht nochmal suchen zerstören. Ihr nehmt nochmal Hardpoint? Mein Scuff-Anbieter ist geil. Deswegen mache ich Werbung für ihn. Weil ich absolut feiere, dass es jemanden gibt, der das so nebenberuflich macht. Für eine geile Quali. Ich mache jetzt... Pass mal auf. Guckt euch meinen mal an. Gelb-Schwarzer Grip. Halt nicht wieder, dein Scuff zu schwul in deiner Kam. Das ist Brooklyn. Guck in, hier. Oh, da war die Heatwave. 82,60. Hardpoint ist aktuell bei den Teletubbies. Laurie auf ne... Hier. Laurie auf ne Viererstreak mittlerweile. Active Carmo ist auch dabei. 3 vor dem Blitzschlag. Der Noob hilft. Ist er der Noob, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das gut gespielt. Burnout mit der 6er Streak. 50 vom Zerbi. Absolut geil gespielt. Ah, und dann stirbt 50 vom Zerbi. Schade. Schuck beide, schuck beide. Aber QB ist noch da, QB ist noch da. Wichtig. Die machen das richtig spannend. Schön, schön. Oh mein Gott. Wichtige Kills. Krass. Ich versuche immer bei dem dran zu bleiben, der in der Stellung ist. Oh, jetzt müssen sie rein. Ich glaube, alle Menschen jetzt machen. Das war's. Oh, was für eine Runde. Wahnsinn. Geile, spannende Runde. Wastlan. Habt ihr gesehen? Da kommt was auf euch zu. Am Start. Kinetik. Oh, das ist so stark. Das ist stark. Und weg ist er. 180 zu 110, Leute. Da ist die Kinetik. Wichtig. Oh, das ist stark. Das ist stark, was er da spielt. Burnout. 33, 19. Oh, das ist... Oh mein Gott. Fünferstreak. Und wie? Oh mein Gott. Ganz starkes Ding. Leute, also... Wenn ihr euch das anguckt. 51, 16. Warsclan löst sich aktuell ein bisschen auf. Das Finale. Ich... Ich setze mich jetzt... Liege mich drauf fest. Virtual E-Sports. Gegen... Teletubbies. Denkt dran, Leute. Der Gewinner hiervon... ...geht ins Finale. Und das werden wir direkt im Anschluss zeigen. Das ist das, worauf wir jetzt alle warten. Ich würde dir so alles geben. Ja. Du weißt ja, jetzt geht's um alles. Jetzt gibt's kein... Und dann auch im Finale... Jetzt gibt's so... Keine erste Runde... Und jetzt vielleicht sonst nochmal ausbügeln. Wenn du jetzt verlierst, bist du raus. Und das Preisgeld geht dann nicht an dich. Und Burnout... 5 Euro mehr für meinen... Und Burnout spielt auch absolut genau so. 240 zu 140. Sie müssten jetzt die nächsten drei Stellungen... ...komplett einnehmen. Und es würde... Ja, dann würde es reichen. Wird aber schwer. Und... Ne, noch kämpfen sie um den letzten Punkt. Ja, haben sie gewonnen. Geht nur um zwei Punkte hier. Ja, gewonnen. Und das war's. Damit steht das Finale fest, Leute. Virtual E-Sports spielt im Finale... ...gegen die Jungs von den Teletubbies. Absolut cooler Name. Sympathische Truppe. So, ich will ein tolles Finale sehen, Jungs. Wir alle, glaube ich. Ja, jetzt sind sie Teletubbies. Ihr seid bereit, alle? Ja, der nimmt sie gut. Unter dem geht Long Range. Easy Kill. Assist. Punkte für die Stellung. Wenn ich an die Stellung geht. Oh. Ja, das ist das beste Beispiel. Wenn du mal... Wenn du mal Optik anguckst. Die schreien sich aber nicht negativ an. Sondern die machen das so oft und so laut, dass jeder Team-Mate hört, wo die Gegner gerade sind. Point holen wird schwierig. Und guck mal hinter ihm. Hinter ihm haben sie absolut... Lassen sie sie absolut outspawren. So, was sie ihn längst im Weg haben. Ja, Mufasa. Oh mein Gott, das ist... Oh, das ist stark. 16 zu 4, Jungs. Fünfer Streak von Vertical. Fünfer Streak von... Venom. Oh, da ist der Zerberus. Zerberus und dann auf dem perfekten Hardpoint. Mufasa, das war definitiv der Name. F-Black auf der 4er-Streak. Und der Zerberus wird jetzt richtig abfacken da drinnen. Brace macht das so stark. 3 Minuten im Hardpoint. Da holt so viele Punkte. Das ist Finale Nils. Ja, Serenity. Das Mutterschiff hat so Spaß gemacht gestern. In jeder Runde. 3 Minuten 9. Das ist... Das ist übel. Oh. Oh. 218 zu 17. Also, wenn man bedenkt, wie gut die Teletubbies bisher waren in Hardpoint. 243 zu 76. Also, in Stellung kann vieles passieren, aber da sehe ich nicht, dass sich das nur ändert. Dafür spielt Reality einfach viel zu stark. Und ich habe richtig Bock, gegen Reality mal zu spielen. 250 zu 76. Relativ deutlich, Leute. Die erste Runde aus dem Finale. Jetzt kommt die eventuell vorentscheidende letzte Runde. Ah, das war echt gut. Wo gehen die Teletubbies denn? Wo seht ihr die Teletubbies? War's das? Jungs, ihr habt ganz, ganz stark gespielt. Wirklich ein tolles Turnier von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war richtig lang. Es waren tolle Matches dabei, tolle Gameplays. Jetzt mache ich erstmal Pause, denn ich kann nicht mehr. Und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Abend. Und wir sehen uns. aus dem Finale. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020